Hi, ich bin Björn Thorgan und ich arbeite als Produktmanager bei Xing. Xing ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Mein Bereich ist Advertising Solutions. In dem Bereich kümmern wir uns darum, neue Werbemöglichkeiten für unsere Unternehmenspartner auf Xing zu gestalten. Dieses Jahr haben wir ein neues Produkt gelauncht, die Xing Anzeigen, bei dem jeder Advertiser mit seinem gewünschten Budget seine Werbebotschaft an die Xing User spielen kann. Wir haben mit den Xing Anzeigen ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Wir wollten sowohl zeigen, wie funktioniert es und was kann ich damit machen. Und das auf angenehm oder frischende Weise. So sind wir dann auf ein Video gekommen. Besonders gut in der Zusammenarbeit hat mir die Flexibilität gefallen. Wir konnten in jeder Produktionsphase alle unsere Änderungswünsche durchgeben. Und es wurde so lange gearbeitet, bis alles zu unserer besten Zufriedenheit war und das Ganze ohne Mehrkosten. Also das war wirklich klasse. Ich glaube, wir sind nicht immer ein einfacher Kunde. Und die Jungs haben da auf jeden Fall immer sehr flexibel und souverän darauf reagiert. Und im Endeffekt haben wir einfach ein Video, das hier im Unternehmen total gut ankam und auch bei den Kunden. Also wir sind wirklich zufrieden. Wir sind immer sehr fit, und sie haben ja vier Tage, das hier im Unternehmen total ist, die hinterher passiviert wurde. Und zwar könnte es, was dennoch lose choisigen.